Herzlich Willkommen zu einem neuen Part. Wir wollen mal versuchen, ob wir nicht doch die Karotte machen können. Dazu dürfen wir natürlich nichts töten. Also schön den Zeigefinger auf R2 gehalten haben. Wir wollen mal schauen, weil wir jetzt auch Räders im Team haben. Ich habe auf unsere Männer nochmal umgeswitcht. Auch hier halte ich noch immer. Scheint, als hättet ihr dem Wald bis hierher keinen unnötigen Schaden zugefügt. Karotte ist aus ihrem Versteck gekrochen. Auf in den Kampf! Ich versuche jetzt auch mal hier nichts zu töten, bis ich sie gefunden habe. Ich werde mich aber kurz einmal hasten und vorzusprechen. Ich glaube, Przika kann nicht mehr erwarten, wie sieht denn diese Rästchen? Das ist auf jeden Fall Karotte. Willst du den Protega jetzt? Nee. Ich werde mich gerne noch bei Lund. Ich werde mich gerne noch bei Lund. Dann schaue ich noch mal einmal kurz, was ich hier ausrüsten kann. Äh, nee, sie blitzblind. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ähm, blablablabla. Einmal D-Fix vielleicht. Ich weiß ja nicht, was sie macht. Ah, hoffentlich. Wir gucken einfach mal, wie sie macht. Ich habe sie auch, glaube ich, noch nie, bis ich sie also wieder nie gekämpft hat. Ach, schön. Da ist sie. Huh. Ach du Herrgott, ist die. Irgendwer macht keinen. Oh, Herrgott. Oh, Herrgott, du bist so riesig. Der hat jetzt gerade, ähm, aufs Zaubert. Das werde ich eher rausnehmen. Oh, nein. Ich bin nicht mehr rausnehmen, die da ist. Hier, Raakle. Was? Und diese entspannende Musik da immer noch zu hören. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das klingt doch scheiße. Oh, tut mir leid Karotte, du hast so einen schönen Namen und machst uns kaputt. So, hat Engel gut zaubert. Ach, keiner zaubert. Zauberer. Und dann mal den Medika einmal auf ihn. Damit auf jeden Fall Sturz erhebt. Fertig. Ah, ich kann das nicht. Oh. Okay, das ist toll. Dann müssen unsere Mädels regeln. Wieso, wir sind doch noch... Ach so. Dann wird es doch noch rein. Warum kann ich den nicht rausziehen? Ah, dann bleibt Fran erstmal drinnen. Ja. Ach, Karolina ist auch noch da. So, ich will Ash haben und dann tauschen wir einmal ganz kurz die... Sie kommt rein. Ich möchte ganz gerne, dass die beiden auch noch Fanwaffen haben. Also, sie können jetzt Fanwaffen. So, zack. Damit wir alle Abstand halten können. So, ich müsste es eigentlich klappen. Wer das betrifft, würde ich töten. Töten. Würge gleich sterben. Ach, das ist hier... Ich muss mich zurück nach adolescern. Jolla ist noch eine Mitarbeiterinnen, die Sie überhört. Nein! Nichts! Nein! Aber ich werde nicht. Nein! 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 Wer hat der Lust? Techno brauche ich Medica erstmal So, jetzt hat der nämlich nur noch Öl und Virus so ganz gut gefeift Ähm, ich will nochmal ganz kurz ein Teil mehr füllen, die haben wir jetzt ja so viele Schmeißen, bleib da drauf Bleib da mal weg So, die Mädels heilen mal einmal kurz, ich muss nicht irgendjemand heilen Karin, die ist tot, toll Item Nerven, die ich nicht habe Warum geht ihr denn nicht tot, Mann? Wir haben es geschafft und ihr seid dabei Uuuuhuhuhu Ich bin dran! Ich liebe dich Das heißt, wir können sogar Mops der Atmos 6 oder 7 töten So, wir wollen jetzt aber natürlich wieder zur Präte wechseln, nicht umsonst, außer wir sind ja alle tot Ach, das wird ein Spaß jetzt, das kann ich denn, ich kann alles nicht, ich kann gar nichts machen, ne? Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Die sind die Zu 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 Ich bin hier nervös Doch das ist ganz gut Und das ist sehr günstig, dass wir gerade Wetterzuziehen haben Demnach werde ich jetzt auch erstmal die Mops machen, definitiv Von daher, ja, es ist mir natürlich dann egal, was alle denken Oh Gott, ich will die nicht mehr dran, die Scheiße Darum gehen wir jetzt auch gleich in die Süntfe Und werden definitiv, ich werde jetzt erstmal speichern Und werden dann dort diesen, da müssten wir dann Robi finden Den werden wir dann machen Außerdem muss ich noch in die Süntfe für Für so eine Nebenaufgabe Und zwar muss ich da jetzt so Teile zusammensetzen Zu diesen alten Schriften, die wir damals auch schon gemacht haben Oh, das ist schon etwas länger her natürlich Ähm, aber Aber Ach Karottier, der war aber süß Ich hab den auch glaube ich noch nie besiegt Großartig, ich hab immer über den, über den großen Hürden gemacht Ähm, aber wir sehen ja, also wir können's Demnach habe ich jetzt auch keine Angst da großartig Ähm, entgegen, gegenüber zu treten So, speichern wäre dann eigentlich angesagt Und dann machen wir den So, speichern Speichern nochmal Ich kann nicht so gut reden Wie die anderen Oh, ich höre mir jetzt so ein bisschen auf Kennt ihr den Nadine Erdbeermund? Oder Erdbeer, wie heißt sie? Keine Ahnung Wer vieler gesagt hat, der Brust ist ähm, total gesund So höre ich mich grad an Ich kann mich da jetzt nicht hören Wie ein Fels Denk ich nicht, brauche ich nicht Ich glaub, das muss ich nicht nachladen Ne, ich glaub, das hoffe ich auch gar nicht nach Hihi, weil das ist auch so ein bisschen ähm Zwischendrin muss ich euch nämlich nochmal an Demnach werde ich's mir nie wieder anhören müssen So, immer nach Norden, nach Norden, nach Norden Aber wie kann das sein, ne? Meine Mädels sind jetzt erst mit 49 40 auf 32 Und die Männer sind schon, also das ist doch wohl Ja, wahrscheinlich die Tank, ne? Aber waren aber schon so krass viel so krass viel, ähm, HP Headpoints Hätten wir heute einen leckeren, ähm, Minze-Tee gemacht, oder ist echt lecker? Also Minze-Holunda-Tee, Moment Sehr lecker, ich bin noch etwas Eigenartes Ob das dann so gut ist, ich weiß es ja nicht Hallo? Ja Ja Auf jeden Fall müssen wir, ähm, dorthin Ja 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 Ich vergesse jetzt wieder ein bisschen Wie wäre das wohl gewesen, wenn wir Inakt gehabt hätten? Weil dann hätten wir, äh, Karotte erst geinaktet Äh, und dann dementsprechend Ja Ist ne Überlegung, ne? Hm Wär das vermutlich alles ein bisschen einfacher Bin ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Wege Mal schauen, ja Gut Müssen wir eh hin Gut Der ist aber schwer So Ne Hülle Hülle, Hülle, Hülle Ah Die sind auch noch da hin Die wird rum Ha So, hier haben wir ja letztes Mal irgendwann, wo wir hier waren Komplett einen auf den Arsch gekriegt Von den lieben Menschen dort Das wär, huh Das wird jetzt aber nicht mehr so sein Huh Na ja, jetzt ist es wenigstens mal wieder ein bisschen an Ich hoffe, ihr gebt mir auch viel EP deswegen Also der Schaden ist wirklich sehr moderat, ne? Es könnte natürlich ein bisschen weniger sein Aber warum? Nö Jetzt müssen wir, glaub ich, in ein neues Gebiet kommen Ich hab mich hier schon mal aus Versehen nie geflüchtet Nee, ich glaube nicht Nee, nee, nee Und hier ist auch noch mal so Also hier, glaub ich, muss ich zu dem alten Mann, der da sitzt Ich bin noch einmal kurz vor der Speichern Habe ich grad eben gespeichert? Ich glaube nicht Ich habe nicht gespeichert grad eben Nee, wenn er jetzt, also wir haben 78,49 Wenn er so drei Minuten mehr ist, dann weiß ich, der sich gespeichert habe Sollte ich nicht gespeichert haben? Doch, ich bin gespeichert Huh So, drei Minuten anziehen Hier zu dem, glaub ich, hin Huch, sprecht mich an nicht so Aus Himmel heiterem Alter Mann, etwas schreckhaft, er ist Nabudis, von der Wucht des Nezisiten Einer gewaltigen Explosion in eine Ruine verwandelt es ist Um euer Leben fürchtet Kehrt um Äh, mich, ihr meint? Mein Name MacLeo, er ist Auf Helden mutige, ich warte hier Mönster im Palaste gewandt, sie nicht Mögen sollen Das Helden hier erscheinen, prophezeit wurde es mir Als Boten meine Schüler sende ich aus Dir Schlüssel zu besorgen für Siegel im Palast Meine Schüler, Rockenmo und Rockenmuh, sie heißen Auf einem, auf eurem Rückweg, ihr trefft sie vielleicht Dann, denn langsam sie sind, so langsam Und reingehüpft, nein, geht ja nicht Und dann gehen wir mal weiter Ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet Wichtig ist, dass hier einer auf dem Sack gehen Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht AHHHHH Okay AHHHHH Oh, uh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ich geh vielleicht lieber immer wieder Musst er denn immer Streit mit irgendwer anders anfangen? Kann er nicht mal in der Gruppe bleiben, zufällig? Was? Was ist denn das blöd, man kann? Oh, oh gut Blöd, man hat was gutes gedrückt Oh, hier ist die oben Die Karte der Nabraus-Sümpfe sind aufgedeckt. Dann gucken wir gleich mal. Ich bin ja gespannt wie ein Flitzebogen. Oh Gott. Ja gut, ich weiß, wo es dahin geht. Ich glaube, hier muss ich hin. Auf diesem Plateau da oben. Da müsste Robi sein. Oh, wir müssen ja noch was anderes machen. Ei, 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 haben wir noch was vor? Puh. Ich hätte so viel in Sonne sollte ich immer vielleicht rausgehen. Ich habe keine Lust, was wieder zu dritt zu machen. Geld? Was? Ich bin nur die Geld-Fall-Sümpfe und ich bin ja getappt, weil ich doch jeden Fall brauche. Komm, ich sponsere mal. Warum habe ich also... Uh, hier gibt es glaube ich so böse... Nein, nicht böse, das heißt böse. Komme ich nicht da her? Hä, aber wie kommen wir denn dann da hin? Wie gehen wir hier lang? Oh, ich würde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Hallo! Wagnermus. So sterben. Also, wer macht denn hier noch mal was Schaden? Hm, Simon hat er war da. Ich glaube, das macht Balthier. Balthier. So. Fall um. So, Ruby, wo bist du? Aber wenn die einen da hoch... Also, wenn die da alleine stehen ist, kommt es doch in die Pausen hin. Weil, Tia, jetzt musst du nur noch treffen. Oh, das ist 700, weil ich zum 700 habe. 580? Das geht gar nicht. Nimm den, komm. Nein. Was hat die denn für eine Waffe? Der hat den Boot. Warum kann er nicht das Schwert nehmen? Warte mal, ich gucke mal einmal hin. In den, äh, in den Lizenzen. Warum hat er denn so beschissene, warum hat er so beschissene Sachen? Ich gucke das nicht. Machen wir erst mal kurz einmal die Zanglius. Ne, das kann ich aber nicht nachvollziehen. Ich kann es ehrlich sagen, warum. Cool, wenn das auch, wenn er hier, wie, äh, die Damen so eine, ähm, also, es feint, wenn er so ein Ding hätte. Also, dieses, dieses, dieses Doppelschwerter. Finde ich cool. So, jetzt kriegst du erst mal was Ordentliches in der Hand. Aber das ist schlechter. Hm. Gut, ist egal. Da hast du vielleicht ein bisschen weniger, ähm, Dingsauberst, ein bisschen stärker. Das kann eigentlich sein, dass Leute so rum, ähm, ach, ich glaube, es ist bestimmt irgendwie so ein, ähm, Aufstieg, glaube ich. Au, der so geheim war. Hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. So, erstmal weitergehen. Warte mal, die macht platt. Ich erinnere uns, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen. Oh, was ist das? So gut. Oh, verletzt. Ich muss schon wieder gönnen. Jedoch verabschiede ich mich erstmal. Es ist ja Zeit. An der Zeit. So langsam. Ich gucke nochmal einmal hier rauf, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier. Ich glaube, da oben kann ich rauf. Ich glaube, wenn ich hier durch über diese Brücke gehe, dann kann ich da gleich rauf. Natürlich rauf. Wir sind auch mit diesen blöden Pferden, glaube ich. Wir sehen das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Auch wenn es einen neuen Park gibt. Ist das jetzt aufgewogen? Ah. Oh, bis dahin hoffe ich, dass wir bald diesen losen Aufstieg finden. Da müsste doch irgendwas rein. Ah, bis zum Tier. Was war das? Macht nichts blödes, Balltier. Was war das? Jetzt geht der los. Los, Warn. Hup, das war wohl etwas zu weh. Wir müssen uns wirklich aufpassen. Warte, du zauberst mal ihn zurück. Ah, wer sind schon in diesem Geheim? Das heißt, wir sind mit dem neuen Part dann beim Abo, ja, zum oben glaube ich war das. Und würde mich erstmal jetzt bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.